ah die dropper sind aber gar nicht verstärkt alter wie viele gett sie unten einfach sind hier ist keiner kannst reinjumpen bist du dir sicher liebi kannst du mal bei mir hier abchecken also der rauch bei mir höre ich was da ist bei mir ich glaube da ist was rechts in dieser kleinen ecke daneben den sofas von mir aus ganz links da an der ecke daneben dem trip maus ja da ist einer die die guckt noch keps die ich meine ich meine ich meine Noch Einen, das war aber nicht der Pudel, ich hab den Smoke erwischt mit dem Head-Oar Mach mich das LOL Einer ist noch draußen an den Fenstern Einer ist irgendwo in der Falle gelaufen Fühle auch was Fühle auch was Einer ist, äh, woher kommt sich Ich gehe Crack Wo? Äh, in dem Raum, bei dem Tisch Den von hinten hab ich Mach bei mir auf hier, der hinten vielleicht zuerst Ja okay, warte Geh außen rum, ja, dann kann ich decken Hier, ne? Ja, versuch mal Achim, mach beide auf, scheiß was drauf Der andere ist auch hier bei mir Beide bei mir, beide bei mir, noch einer bei mir Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein Ich push von außen Geh außen rum Und den Diodehälter schicken Nur noch ein Geh da übrig Ja, geil, Alter Guck mal Termite down Alter, schon wieder, weißt du Genau in die gleiche Stelle Und der lauft wieder rein, man Was sind solche Ecken, man Oh, guck der nächste Weißt du, die kommen dann schleichend langsam um die Ecke, man Und du kannst ihn in aller Ruhe, äh Ich weiss Der da? Der war jetzt auch übel, man Der war übel, er hat Dings geplantet War jetzt Breaching Charge rangemacht Und ich hab ihn einfach hier Ist der noch da? Wechte Seite Meine giftigen kleinen Karchi sind platziert Letzter verbleibender Gegner Ich lade ein neues Magazin Das stimmt mit dir nicht Nein, nein Im kleinen Raum da Das war das Ace, Alter Das wär der fünfte Kill gewesen Da drin Der ist da drin Weiterschießen, komm Weiter, weiter Da ist einer Hab den Tunnel Über mir Über mir Kommt Treppenhaus bei mir Auf den Biogefahrgutbehälter verhindern Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen Die Feinde ausschalten Wenn du die Fünfte hoffnen Du wirst du verhindern Überraschung des Biofrauchers unterbrochen Wenn du die Fünfte hoffnen Dann beginnt Geflogen werden Dann beginnt In der Luft Und die Fünfte hoffnen Das ist der verbleibende Gegner. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist.